Und es geht wieder weiter und ich sitze im Heuwagen. Wir hatten schon öfter mal einen Cut mitten im Todesspruch. Ich will das Ding sabotieren. Ja, du musst wieder reingehen. Alter, du stellst dich so glücklich an, dass die nicht da hingehen, ja. Ja, das hatte ich schon mal im Privaten. Ihr kommt nicht zur Klocke! Ja klar, da ist aber auch alle geprügelt, ja. Ja. Ich will das nicht riskieren. Die merken mich 100% wenn ich da reingehe. Okay, fuck it. Ich kümmere mich um die Kinder. Da hinten. Keine Sorte? Keine Sorte. Da ist ne Truhe, das sehe ich. Da ist... Bessere Gier-like. Wo ist ne Truhe? Da hinten bei denen. Da dieses weiße Rechts. Ich kann's später machen. Da umkommere ich mich gleich. Ich wollte gerade sagen, nehm einen Halluziden-Bolzen, aber hey, wirklich nicht. Nicht bei Achtern. Wahrscheinlich schon, der hat nur nicht funktioniert, weil der Gold war. Der kann auch bei denen funktionieren. Ich will's nicht riskieren. Mach's doch, das ist sauwitzig. Ne, 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 viel besser. Der Typ kommt her. Fals noch, ey. Jep. Jetzt wär das. Von hinten hat mich keiner bemerkt, nein. Wird mal noch ein Kartus sehen. Komm schon. Fals noch, ey. Und jetzt noch mal. Der hat keine Ahnung, wo du bist. Zum Fick, als ob er mich nicht hören kann. Ich kann dieses Geräusch nicht ausfindig machen. Weil der Schutt im Weg ist? Dann nimm das Gas und schieß. Ich würd Brotmesser werfen. Oh, meine Fresse, muss ich dem alles selber machen? Ja, geh vor, jetzt ist hier voll. Meine Fresse, alles muss man selber machen. Der Typ wieder hinten. Ähm, diese Auszeichnungen, die da immer unten stehen. Die bringen später noch was. Was? Ähm. Echt, ja. Stärkere Messer, bessere... Was denn für Auszeichnungen? Komm, 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 komm. Das mit den Messer-Kills und... Als auf der Mini-Hard! Kann ich nicht zuordnen. Ja, ne, leck mit die Hoden. Ich... Natürlich gibt es was Besseres, wenn man das erledigt. Ja, es gibt... Komm her, du Hurensohn! Es gibt zu einem die EXP, die dran stehen und zum anderen... Nein, echt? ...noch was, was man nur im Minis... Das kann's ja wohl nicht sein, dass der Typ mich nicht... Oh, Lutschknecht. Weißt du was, sobald er sich wieder umdreht, ist er tot, ey. Ja, hat er sich gerade umgedreht. Er lübt immer noch. Nee. Sobald er weiterläuft, meinst du? Ah. Komm her, du Huso! Ah, Mann! Jetzt konnte ich nicht erklären, was ich mein. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Arschloch her. Ja, und da fehlen noch Kinder. Ja, ich weiß. Ganz vorne wieder. Kiste war doch da hinten, oder? Ah, die sind im Gebäude. Ich geh da jetzt nicht rein. Nee, das ist nur TNT-Kiste. Die wird auch meist markiert. Da hinten sind die, ist noch Kinder zum Befreien. Ja. Weißt du was, ich blünder dich. Boah, die Kinder schimpfen dich gerade aus, weil die geblündert hat. Do I look like I even give one single fuck? Oh, mir ist eine Kiste. Oh, das ist jetzt fick egal. Ja, die kommen später noch blündern. Als erstes mal sind die Kinder dran. Okay, womit haben wir es zu tun? Ich weiß nicht, ob du kommst erstens von hier nicht dran. Sonst wäre es jetzt ruhig. Ah, Mist. Okay, aber nur hier in der Alleyway sind die drin. Momentan. Wie komm ich drauf ein? Außer über die Mauer zu springen, was ich jetzt nicht riskieren will. Da steht ein TNT. Im Boden. Wie schmeißt ich den TNT jetzt nicht? Einer von beiden läuft immer drunter. Achso, der läuft halt. Ich weiß, was ich... Ich weiß, was ich... Boah. Sechsern gelauft. Weißt du was, den kill ich kurz. Der konnte ich gar nicht angucken. Stimmt, das sind zwei. Okay, ich hab ne Idee. Oh man, warum hat die... ...hat der... ...spast mit ihm. Schlechtes Timing. Halt die Fresse, du Saftsack. Nicht, was ich vorhatte. Ich weiß, du wolltest... Ich wollte nach links... ...und... ...Kameleon aktivieren. Wollt nach... Ich wollte da jemanden... ...Kameleon aktivieren, kurz dran... ...und die dann von hinten ficken. Aber naja, so funktioniert es auch. Ja. Und ich hab kein Alarm ausgelöst. Und das passiert, wenn man alle Kinder befreit... ...aber keine Gleiters tötet. Außer den nötigen. Er... ...er... ...er... Erfopolis, du bist wieder dran. Du kannst endlich mal aufhören zu zocken. Und hier zocken, ja? Hör auf zu zocken und zock endlich. Na, okay. Gut. Kinderbefreiung abgeschlossen. Ich mag Kinderbefreiung. Achso. Ha, 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 ha. Spart euch die Pedophilienwitze. Ha, ha, ha. Was mit Scherz machen? Auch so. Hallo, Mr. Gettling. Oh, Gettling time. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche mir viel Spaß, wenn ich alleine bin. Oh my. Oh yes. Ich werde nun das Bonus-Zierisch schaffen. Warum? Kein Schaden. Kein Schaden nehmen. Sackschweb. Im gesamten Gettling-Verlauf. Ja, nee, ist klar. Später fährt man ja noch mit der Gettling lang. Und da merkt man, dass wir schon... Also, dass ich schon privat weiter bin. Hm. hunders von kürzl mitschel dieser dann muss es nicht mehr in Mode die Aufmachung sieht geil aus und ich habe sie ausgewählt naja du 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 wir freuen uns nicht schädlich er hat ein Geschenk für dich richtig geiles Geschenk hat er mir Mr. Getzling das ist Mr. Mr. Getzling hey Mr. Mr. Getzling die Mr. Green Werbung da ich könnte zwar Musik drüber legen aber Mr. Frey Mr. Frey hoi boi ich habe gerade gute Wartniger gelesen ich habe alle abgefüllt und sie geklaut als sie schliefen ha 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 hier soll ich zeig sie sie klemmt oh scheiße hey sowas darf man nicht sagen ich muss zielen es ist leichter die mit zielen umzunicken oh 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 Hell! Medizin, Mann! Wir haben keine Medizin mehr! ASS! Du machst so eine Mission! Du weißt, dass du sehr oft an Tod rankommst und... Du hast keine Medizin mehr! Das kann einfach in Deckung gehen! Also... Hab ich hier im Shake-Hop das... Regenerationsding gekriegt? Ich glaub ja... So, wenn ich ja die Gesundheit sehe... Ich denk schon... Ja, schon... Nachladen... Wie hörst du nachladen, du krankes Spann? Oh Gott, das ist eine ganze Armee! Ja, aber du, da mal überlegen, was hier gerade abgeht... Haha, noobs! Noob, noob! Und weiter... Warum schießt du nicht das TNT einfach auf? Das war schon mal eine Frage beim ersten Mal... Ja, Jens, das bringt viel von dir! Tschüss! Da ist die TNT! Schieß es ab! Guck! So einfach! Ein Schuss! Nicht ungefähr zehn Schuss! Da ist die TNT! Da ist die TNT! Da ist die TNT! Boah, der hat eingeschossen! Das ist meine größte Frage, oder? Da ist die TNT! Ach, die TNT! Komm her auf! Surprise, schieß dich auf! Ey, man muss schliesslich die Wache testen, ja? Alles andere darf man testen! Aber Kondome nicht! Hahaha! Ah, das war ein schöner Headshot! Keine Sauvorstehung von dir wieder reden! Ich hab hier auf Facebook-Kondome, und hier so als Post... ...äh, ich will es mal so vor... Na, schmeißen die nicht aus der Apotheke, nur weil ich die Kondome ausprobiert hab! Ja... Das ist nicht unverständlich... Du musst die mal Hand testen! Das ist ja mit Kleidung auch... Oh, Shit! Das ist ja mit Kleidung auch, man muss sie testen... Damit sie passt! Niemals im Leben, der Zug ist viel zu unrealistisch... Der ist viel zu schnell stehen geblieben. Ja schon, ne? Irgendwie dumm. Wow, wie diese Holzdecken einfach mehr Schüsse aussehen. So? Alter, du kennst da die ganzen Tricks inzwischen. Nein, kann ich nicht. Bring ihn mir erst zu Ende. Pokémon Stauder. Die siebte Gen, so wie das aussieht. Mann! Lass mich da auf den Schießen da oben! Fuck him! Fuck him harder! Fuck him the hardest! Gut. Na ja, schießen wir mal auf die Tür. Get fucked! Weg, geh weg! Na, schütz! Das ist doch logisch, dass man erst abspringt! Nein! 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 Überhaupt nicht! Ich applaudiere! Warte! Auf drei! Soklap! Eins, zwei, drei! Sarkastischer Klatschen! Nein! Danke für den Applaus! Sarkastisches Klatschen! Das dürft ihr nicht gleichzeitig machen! Das dürft ihr nicht gleichzeitig machen! Okay! Komm mal einfach weiter! Komm mal einfach weiter! Ja, Fabriens, gefährlich! Fabriens, du gibst den Controller! Du bist gerade gestorben! Nein! Ich bin nur desynchronisiert! Desynchronisiert! Ist nicht gestorben! Doch! Nicht schon! Blut! Jacob schämt sich für dich, Fabriens! Das ist nicht Wayne! Nein, das ist nicht... Bruce Wayne! Batman schämt sich für dich! Jetzt ist es auch oben.